Heute ist immer noch Wunderstag. Es ist jetzt 19.18 Uhr. Ich bin jetzt hier in Schweden. Ich bin aber jetzt im Fährhafen. Bin gerade in der Fähre hier. Oder die Fronten. Ich habe mich entschieden, dass ich jetzt direkt nach Hause fahren werde. Das ist mit dem Platz natürlich echt etwas geärgert. Ich habe zwar heute noch einige schöne Stunden fahren können. Aber ich muss gestehen, bei mir ist das Glöpfeeling weg. Und ich möchte jetzt zu Hause. Ich schätze mal, ich werde heute Nacht um 12 Uhr zu Hause sein. Ich hoffe, die Fähren fahren. Ich bin heute Nacht, also die an dem Fall. Aber die Fähre Rügelrott im Garten. Ich sollte ja eigentlich fahren. Ansonsten müssten wir ein Hotel nehmen in Dänemark. Aber am Tag muss ich mal auf dem Fahrrad oder Mausen. Das nervtot war in der Scheiß-Alarm-Anlage. Und ich denke mal, wenn alles klappen sollte, bin ich heute Nacht um etwa 12 Uhr, also 24 Uhr. Dann bin ich heute Nacht in Hübeck. Okay, ich denke mal, ich werde mich von der Insel fahren nochmal mit dem Pause machen. Bis denn!